In diesem Video geht es um die besten drei Autoalarmanlagen. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Ein hochsichtbares und abschreckendes Alarmanlagen-Auto-Diebstahl-Sicherungssystem der neuesten Generation mit zuverlässiger Elektronik, ohne falsche Alarme und mit vielen Vorteilen. In Europa von Atago Secure hergestellt. Das System hat einen schwenkbaren Arm, der das Schließen um den Lenkradkranz ermöglicht. Das Design ermöglicht es, es mit Spiel zu verriegeln und zu verschieben, um das Lenkrad nicht zu beschädigen. Verriegelung per Druck und Klick ohne Schlüssel, indem die Arme um den Lenkradkranz gedrückt werden. Ein Stellpart für dünnere Lenkräder reserviert. Die Verriegelungsposition ist zugänglicher und leichter zu verwenden. Flache Hochsicherheitsschlüsselverriegelung. Mit dem patentierten intelligenten Alarm. Optionale Aktivierung. Der Benutzer kann wählen, ob der Leistungsstärke 120 dB Alarm aktiviert werden soll oder nicht, der auch die 6B-Pfor-Alarm-Funktion enthält, die stoppt, wenn der Angriff nicht fortgesetzt wird, um unnötige Störungen zu vermeiden und Batterie zu sparen. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Neben den physischen Diebstahlschutzleistungen herkömmlicher Lenkradschlösser verfügt das neue Tornad-Alarm-Lenkradschloss auch über einen 120 dB empfindlichen Induktionsalarm und eine leichte Vibration kann den Alarm auslösen. Exklusiv entworfen, kann niemand das Schloss ohne den Schlüssel öffnen. Das Schloss benötigt nur drei AA-Batterien zum Betrieb. Es verbraucht weniger Batterie als andere Alarmenkradschlösser auf dem Markt. Solange einer Ihrer Strahlen weniger als 7 cm beträgt, passt es sicher zu Ihnen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte über Amazon. Bei Qualitätsproblemen innerhalb von einem Jahr wird das professionelle Tornad-Aftersees-Team sein Bestes tun, um das Problem für Sie zu lösen, bis Sie zufrieden sind. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. 100.000 Arten von Codes, der Dieb kann überhaupt nicht entsperren. Schlüssellos mit Zahlenschloss Kein Schlüssel erforderlich, leicht zu verriegeln. Die innere Größe des Lenkrad-Kallenbereichs kann von 15,5 auf 38 cm eingestellt werden. Dieses Lenkrad-Schloss kann überall im Auto platziert werden. Ein idealer Leibwächter für den Einsatz zu Hause oder im Urlaub. Neben der 30-tägigen Rückerstattung bieten wir eine europäische Garantie von einem Jahr. Mit unserem Kundenservice können Sie sich immer an TV-Lafi wenden. Wir sind eine etablierte Fabrik mit vielen Jahren Erfahrung in der Welt der Diebstahlschutzgeräte. Wir sind eine etablierte Fabrik mit dem Auto platziert werden.